Herzlich Willkommen auf dem Bodybuilding Impulse Kanal. Diesmal wieder ein Video mit mir. Ich befinde mich aktuell in der Peak Week für Polen. Der Wettkampf wird kommenden Samstag sein. Seid gespannt. Wir trainieren eure Brust und viel Spaß dabei. Weißt du noch was du letztes Mal wog, als ich letztes Mal hier war? Ich meine um die 100 so was kann das sein. 98,99, 102 irgendwie so. Wie viel hast du jetzt? Leider nur noch 95 Kilo. Und dein Gesicht ist deutlich schmaler. Ich hatte auch gestern ja Lothar, wenn du nur 120 Kilo bekommst. Das ist eigentlich gar nichts. Das ist die Frage, wie schön man trainiert. So dass nichts abreißt. Wenn du gerne Muskelkater kriegst, das ist ja auch scheiße. Von der Kraft hier machst du einen Unterschied zwischen den letzten Wochen? Ich doch. Ja. Die seltsam ging die Kraft runter. Und zu heute wie neben den hohen Carbs wieder deutlich in Ordnung zum Glück. Das ist halt richtig nice. Ich hätte auch wieder prall und voller. Das war schon ganz gut. Ich darf ja nur 102 haben. Na gut, du bist ja ein bisschen weit runter eigentlich sogar, ne? Mhm. Aber wenn jemand die Waage ist, dass bei dir halt erst gegen, also bei meiner Klasse gegen 17 Uhr ist, wenn ich jetzt schon Carbs drum habe, hätte wie viel Heitag ich jetzt habe, kann das schon wieder eng werden. Echt? Und du hast jetzt 95 Kilo? Ja. Bist du nur zwei darfst du wiegen? Ja. Kannst du sowieso hochgehen bei dir? Ich hatte gestern Morgen auch 95 irgendwas. Ja. Am Abend bleibt 98 irgendwas, ne? Achso, ja gut. Das sind 3 Kilo. Und da hatte ich nur 99 Gramm Carbs. Weil du hast dreifacher einen Carbs, ne? Who knows? Damit ich jetzt noch die nächsten Tage wieder Kohlenhydrat essen darf, kann das lustig werden. Ich bin da wieder voll. Merkst du, dass die Kohlenhydrate jetzt gerade hingehen, die du gegessen hast? Ja, brutal. Ich bin deutlich praller im Training jetzt gerade. Schulterkörper werden wieder rund. Da wird gleich mehr Druck da drin, ne? Ja. Das merkt man schon gut. Ah, dann kommt wieder durch. Mhm. So. Spur nochmal an? Ah, da passiert ja richtig was, ne? Ja. Man merkt die Carbs auf jeden Fall. Auch an der Laune. Ja. Soo. Musik Kapps kommen auf jeden Fall gut Hier sind die Beine auch Krass, ne? Boris auch Outdown Form ist auf jeden Fall ganz akzeptabel Mit der Beine Kontrolle Ich hoffe, die haben den Saat gleich einfach nach den Fotos. Ich darf noch am nächsten Tage Carbs essen. Ist ja richtig geil, aber ich glaube nein. Was glaubst du, mit wieviel Kunden, also ihr wollt ja auch richtig laden zum Wettkampf oder eher so? Also ich mache ja zwei, für den ersten, wenn wir glaube ich nicht laden, vielleicht so wie heute ein bisschen Carbs essen, das hat nicht viel. Und für den zweiten Idee, wie die Form dann halt ist, entweder wirklich dumm laden mit einfach nur Burger fressen oder schlau laden mit Hühnchen und Reis. Ich denke, werden wir das spontan machen. Hast du schon mal mit dem Burger geladen? Nein, noch nie. Ich habe es aber auch geschafft, mit Hühnchen und Reis mich zu überladen. Aber, was war eher meine Schuld. Da war ich so kurz auf der Bühne. Ich so, aber komm, noch so ein Schuss Honig in den Mund. Wenn man einmal anfängt, man denkt sich, ach komm, noch ein paar Kohlengrade mehr so. Geht noch fast noch. Dann wird so schön geredet, so im Kopf, ne? Meine Freunde haben einfach so, nee, mach das nicht. Ich habe gesagt, egal, das passt noch. Ich brauche das, ich bin flach. Ja, dummste Idee. Aber so lernt man. Wenn ich jetzt so mit 96, 97 starte, dann vielleicht in zwei Jahren 107, denke ich, ist es auf jeden Fall realistisch. Ich bin, in zwei Jahren 107, denke ich, in zwei Jahren 107, denke ich, in zwei Jahren 107, denke ich. Es ist so schön, ich denke ich. Das wird auf jeden Fall passen. Und man merkt, die Cups auf jeden Fall richtig brutal. Das hast du viel Spaß daran, die Cups zu trainieren. Du hast auf jeden Fall eine Panzerbrust, ne? Die ist kugelsicher. Die Brust ist auf jeden Fall gut gekommen. Baumsgesell ein bisschen zu dünn bei mir. Zu dünn? Ich habe halt diese tiefen Einschnitte hier. Ist doch Udo, wie alt hast du die gerne gehabt? So ein bisschen dicker halt. Ich meine, dass die so mehr rauskommen. Vielleicht kommt das über die Jahre oder was. Oder wenn ich mal vernünftig behaupte trainiere. Ich hoffe, mein Arsch wird gestreift. Aber ich denke schon. Letztes Mal war der bei der NAC? Ne. Boah, ich bin jetzt auch schon deutlich weiter und trockener als bei der NAC. Ich habe ja fast das gleiche Gewicht mittlerweile. Aber schon so drei, vier Kilo mehr muss hin. Beugas gestreift mittlerweile auch schon. Ja gut. Überziehen. Was wir machen. Wie viel Salz machst du am 12? Ganz normal? Oder zählst du? Sechs Gramm. Ne, acht Gramm. Bei 12 von einem Pre-Workout. Ist auch noch alles echt normal bei mir. Das ist so eine richtige Haustübung bei mir. Überzüge. Wenn ich so leichtes Gewicht nehme, spüre ich die extrem gut. Aber es hält mich anstrengend. Nehm ich mehr Gewicht, spüre ich die gar nicht mehr. Ist aber dafür anstrengend. Ich will einfach keinen Fall nicht machen so am besten. Gehst du einen Vakuum hin oder? Ich glaube nicht. Nein, nicht wirklich. Ach, muss man auch nicht machen. Du hast auch gerade gegessen. Kommt auch noch dazu. Ja. Solange die Talia ist schmal auf der Bühne, ist mir das relativ egal. Ja. Ist nicht so eine Wachswampel und ein Haar damit. Voll gefressen. Ist doch kacke, wenn du beim Laden so viel essen musst und die Talia durchbreiter wirst. Ja. Ist so ein Unterschied. Wenn du dann als Hörgewicht da übelst viel essen musst. Das ist auch das meiste Problem, wie solche Leute so extreme Wampe auf der Bühne haben. Wenn du mit tausend, tausend Mal beim Carbs lächst. Das ist halt eine Menge. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall mit Fisch schlagen. Fisch ist halt extrem angenehm für die Verdauung. Oder halt einklar. Ich weiß nicht, ob ich Fisch in Polen kriege. Hier ist doch die Frage. Nee. Ich weiß nicht. Kuck. Ach, ist nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht. weniger Carbs haben als heute. Ich denke nicht, dass wir so viel brauchen werden, vielleicht so 300 Gramm Carbs. Sonntag nachts fährt ihr dann quasi wieder zurück oder Montag erst wieder? Montag erst wieder, ja. Wir pennen dann auch da im Hotel die eine Nacht, fahren am Montag dann schon mal zurück. Dann halt wahrscheinlich die ganze Fahrt fressen, es umgeht nicht mehr. Da musst du normalerweise am nächsten Tag auch noch mal Fotos machen, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. So beim ersten Wettkampf, ich hatte die komplette Couch voller Süßigkeiten, dann jetzt vorletztes Jahr bei der NAC nicht mehr ganz so viel. Dieses Jahr habe ich eigentlich nur zwei Sachen gekauft. Das ist besser, nachher ärgerst du dich, alles ist da, du wirst es leer fressen, ne? Ich kriege das leer, das ist nicht das Problem, aber ich habe eigentlich auf nichts so krass geil Hunger. Also die Diät einfach so entspannt, ich hatte ja letzte Woche noch Haribos drin im Post-Workout. Brötchen bis drei Wochen vorm Wettkampf, das ist halt so, dann brauchst du es nicht. Auf dem Körpergefühl ist das schon angenehmer, wenn man noch ein bisschen leichter ist. Ja, wenn du jetzt nicht auf Diät wäre, dann wäre es noch angenehmer. Weil ich ja Carbs heute habe, ist echt alles perfekt. Ich will mich gar nicht beklagen. Was Fett hast du bei wie viel Gramm? Ich meine, Kevin meinte, letztes war es um die 80. Oh, okay. Eiweiß, so 400, 350, sowas. Das hat Carbs jetzt, weil eigentlich geplant 180 Gramm. Wurde ja mehr. Alle 5000 Bons chinesen, Bevor? 不會 so? BECKL ус die6s wieder ¿verfahren? x9 Nein, aber o novels sind cool, oder? Wie viel über doubled ist? Ja, nehm. Hier vorne, wenn das Wasser rauskommt, passt zu mir. Kevin ist auch zufrieden, oder? Ach, hat er schon geantwortet? Passt sehr gut, wie war der Pump? So, das war mein letztes Brusttraining vor dem Wettkampf. Morgen trainieren wir nochmal Rücken zusammen, ne? Perfekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in mein aktuelles Training in der Peak Week. Ich werde ja jetzt am kommenden Sonntag dann starten in Polen, so wie Samstag. Seid gespannt, schaut gerne bei Bodybuilding Inputs vorbei. Aboniert den Kanal, kommentieren, Glocke, markieren und viel Spaß euch. Wunderbar. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.